Ja, also die Aerodynamik spielt an diesem Fahrzeug eine große Rolle für den Pascha-Verbrauch. Ja, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch ein großes Thema, Kraftstoffverbrauch natürlich so gering wie möglich zu halten und da versuchen wir da auch irgendwie durch Erneuerung der Fahrzeuge da irgendwo mit zu schwimmen, so weit wie möglich den ganzen runter zu kommen.